Glückwunsch an Oberstädten für ihren Sieg heute. Wir haben in der zweiten Halbzeit mit zehn Mann sehr gut verteidigt und auch Lob an meine Mannschaft, also an beide Mannschaften überhaupt bei dem Wetter. Ich glaube, hier geht keiner runter und hat irgendwie noch Luft. Also hier sind alle platt. Das war ein Spiel mit einem hohen Tempo. In der ersten Halbzeit, ja, die ersten 20 Minuten haben wir das Spiel so ein bisschen auf unsere Seite bekommen und jedes Mal hat Oberstädten dann wirklich uns eins reingelegt mit zwei Traumtoren. Also auch nochmal Respekt an diese Tore. Das waren sehr, sehr schöne Tore. Ja, sonst, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles probiert und mit ein bisschen Glück können wir vielleicht noch einen Unentschieden holen. Aber Mund abputzen, Dienstag ist Training, Donnerstag ist Training und Sonntag geht es weiter.